Gut, das nächste Stück, was wir spielen, ist von Fela Kuti. Fela Kuti ist euch ja... Fela Kuti. Uns bekannt, euch noch nicht bekannt, gleich ist er euch bekannt. Und zwar ist er, Fela Kuti kommt aus Nigeria und ist für sein Afrobeat vor allen Dingen bekannt geworden und dafür, dass er 27 Frauen heiratete auf einmal. Und für uns Frauen natürlich ganz besonders interessant, habe ich gelesen, er war Feministin, aber das hat nicht besonders viel auf den Sohn abgefärbt. Die Mutter, Feministin, der Sohn in Opposition vermutlich. Und wir spielen nun ein Stück, das heißt Colonial Mentality. Und wie viele Lieder damals hat es auch politische Hintergründe. Fela Kuti hat sich auch sehr dafür eingesetzt, dass in Afrika gegen die Kolonialisierung protestiert worden ist. Wir wünschen euch viel Spaß bei Colonial Mentality. Wir wünschen euch viel Spaß bei Colonial Mentality. Bis zum nächsten Mal. Das war's. 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 Das war's.